Wir haben immer noch keinen Katalog. Da. Unsere Weihnachtsshow, liebe Zuschauer, ich freue mich so, weil auch da erhasche ich die ein oder andere Idee, die man zu Weihnachten verschenken kann. Und wir suchen uns Produkte aus dem Katalog aus und du läufst die Glocke und dann kommt unser Weihnachtsengel und bringt uns die Geschenke. So einfach ist das Prinzip unserer Weihnachtsshow. Richtig und hier können wir richtige Schnäppchen machen und wer möchte schon bei diesem nasskalten, bei diesem nasskalten Wetter, bei den Minustemperaturen, wer möchte da schon rausgehen und sich in überfüllte Geschäfte quasi einmal begeben, das möchte man noch viel bequemer von zu Hause aus machen. Und sie werden wirklich erstaunt sein. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was die liebe Anne-Kathrin jetzt als erstes. Ich habe schon was gefunden. Ich habe schon was gefunden. Oh ja, wir lieben ja Musik, du und ich. Also das erste, wenn wir in die Maske kommen, was Vivi macht, Musik an. Das Stück holen. Sollen wir mal das Engelchen holen und vielleicht mal fragen, ob wir dieses Produkt bekommen dürfen? Oh, danke. So, dann schauen wir doch mal rein, wie das tolle Geschenk aussieht. Wow. Wow, du hast dir was Gutes ausgesucht. Ich weiß, du weißt. Ja, auf jeden Fall. Schauen Sie sich das bitte an. Das ist ein Bluetooth 4.1 Stereo-Lautsprecher mit Freisprecher. Wir wollen aber jetzt nicht direkt so viel verraten. Wir machen jetzt mal ganz schön langsam. Also es geht eigentlich darum, dass Sie oder der beschenkte Musikvergnügen, wo immer er möchte, haben kann. Und das zu jeder Zeit. Die kennt man ja vom Elektrofachmarkt. Da kosten die gut und gerne 70, 80, 90, 100, 200 Euro. Damit man da hier zum Beispiel am See Musik hören kann. Damit man diesen Lautsprecher mit ins Badezimmer nehmen kann. Überall hin, wo man will. Am Schreibtisch, beim Arbeiten, beim Lernen. In der Küche, beim Kochen. Und, 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 und. Richtig. So sieht es aus. Das geht super einfach. Denn Sie verbinden einmal Ihr Smartphone via Bluetooth mit diesem Lautsprecher. Sie haben zudem die Möglichkeit, über ein AUX-Kabel hier auch das Smartphone zu verbinden. Und dann hören Sie einmal Ihre Lieblingsmusik. Nicht mehr über die Handy-Lautsprecher, sondern über diesen großen, leistungsstarken Lautsprecher. Hier haben wir einen Signalprozessor und 2x8 Watt Lautsprecher. Das heißt, kleine Größe, aber maximaler Klang, den Sie hier bekommen. Und dann können Sie hier super leicht Ihre Lieblingssongs einmal hören. Sie haben die Musiksteuerung über die Tasten. Hier einmal direkt am Gerät. Das sind fünf Stück. Zum lauter, leiser machen oder um natürlich auch den Titel zu wechseln. Dann haben wir hier eine patentierte K-Technologie, IC-Technologie, Entschuldigung, auf die möchte ich einmal zu sprechen kommen. Das heißt, dass wir hier ganz, ganz satte Musikleistung haben, aber bei einem klitzeklitzekleinem Akkuverbrauch. Und das ist wirklich phänomenal. Außerdem können Sie Musik genießen, nicht nur via Bluetooth, sondern du hältst hier schon das Kabel in der Hand via AUX-Eingang. Also das heißt, ich schließe das 3,5 Millimeter Klinkelkabel einfach nur ans Handy und an die Box an, kann damit meine Musik hören. Oder aber Sie sagen, komm her, ich helfe dir mal. Ja, danke schön. Oder Sie sagen, ich habe meine Lieblingsmusik am liebsten auf meiner Speicherkarte. Dann können Sie auch eine Speicherkarte hier, eine kleine Micro-SD reinpacken und da Musik hören. Sie sehen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, überall Musik zu genießen. Voller Klang und satte Bässe. Und das Schöne ist ja, ich kann meine Musik wirklich überall mit hinnehmen, denn es hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Das heißt, mein Handy muss nicht unmittelbar daneben liegen, wenn ich via Bluetooth Musik höre. Wow, hör das mal an. Oh, das mache ich die Stimmung auf Weihnachten. Sie sehen, also die Bedienung ist ganz einfach. Entweder via Bluetooth verbinden oder ansonsten über das 3,5 Millimeter Klinkelkabel, das Sie dazu haben. Dann können Sie auch noch eine Micro-SD-Karte einmal einlegen, wenn Sie wollen und dann Ihre Lieblingshits hören. Sie können die Lautstärke hier einmal variieren, den Titel auf Vor- oder Zurückgehen oder Pause und Play drücken. Oh, wenn ich das höre, dann könnte ich am liebsten gleich Plätz hier backen. Da kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass Sie überall beste Musik hören können. Egal, ob Sie jetzt Volksmusik hören oder Rock oder Pop oder was auch immer oder Klassik. Damit macht Musik hören doch einfach Freude. Und wenn das im Badezimmer morgens steht, dann motiviert mich das da richtig zur Arbeit zu gehen. Oh, ist das schön. ZX 1595 und die 569. So was wünscht sich jeder. Und für 28,41 Euro machen Sie hier ein richtiges Schnäppchen. Denn dieses Produkt, das ist heiß beliebt. Und jeder Jugendliche möchte so etwas haben, aber auch die Erwachsenen wollen natürlich im Garten zum Beispiel sitzen, im Wintergarten und ihre Lieblingsmusik hören. Deshalb hier ganz, ganz schnell in die Leitung gehen. Ganz fantastisches Produkt zu einem ganz kleinen Preis. Und die Anne, die sucht bereits schon nach dem nächsten Geschenktipp, den wir Ihnen machen können. Oh, hast du Kinder in der Familie? Also nicht, ja? Ja. Und die haben einen ganz großen Traum. Vielleicht bist du auch schon auf dem... Ich glaube, ich habe was. Ich habe nämlich auch einen Neffen und ich glaube, der würde sich darüber richtig freuen. Das ist unser Bestseller. Engelchen. Oh, oh, das Produkt ist so genial. Ich weiß nicht, wie vielfach wir das schon mittlerweile verkauft haben. Das ist unser Elektro-Kinderfahrzeug. Und das ist so originalgetreu. Da kann man, vielen Dank, da kann man sich anschnallen, ja? Da kann man hupen, da kann man Gas geben, vorwärts, rückwärts fahren. Das ist so toll. Und entweder machen Sie das mit der Fernbedienung oder das Kind kann das Ganze auch selbst steuern. Toll, oder? Richtig, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Erstmal schauen Sie sich bitte dieses wunderschöne Design ein. Ein Hot Eraser mit Chromfelgen, mit wunderschönen Frontscheinwerfern in einem Rally-Design. Und dann hat Anne-Kathrin schon gesagt, hier nehmen die Kleinen einmal Platz, werden hier angeschnallt. Denn Sicherheit ist natürlich oberste Priorität. Und dann können Sie loslegen und mal richtig Gas geben. 4 kmh werden Sie schnell. Da kommt man richtig außer Puste. Nein, natürlich nicht. Also Sie bewahren hier wirklich die Kontrolle. Die Kleinen haben aber diesen maximalen Fahrspaß. Und das Tolle ist, die kleinen Flitzer, die fühlen sich hier wie im ersten eigenen Fahrzeug. Können man richtig los, Gas geben, rückwärts fahren, all das ist möglich. Aber Sie, Sie halten die Fernbedienung in der Hand. Und falls Sie sagen, oh, der Kurs wird gewechselt, wir fahren besser in die andere Richtung. Oder vielleicht sollten wir dann doch mal anhalten. Dann haben Sie hier die Kontrolle. Und genau das möchte man doch haben. Ganz toll, das Weihnachtsgeschenk. Spielend einfach. Möchtest du Platz nehmen? Willst du mich eine Runde fahren? Okay, würde ich sagen. Eigentlich sagt man ja, ne? Nicht so hoch bis 30 kg. Ist ziemlich robust. Also ich habe das auch schon ausgetestet. Das ist richtig robust. Wollen wir es mal nach unten stellen? Ja. Ich glaube. Frau am Steuer umgehauen, stell das mal lieber in Sicherheit. Du hast die Hände am Steuer. Ja, ich habe die Hände am Steuer. Ist es in Ordnung, wenn ich mich kurz nicht anschnalle für die Fahrt? Ja, sonst weiß es mal okay. Ich gebe nicht allzu viel Gas. Das ist richtig zügig und das macht Spaß. Wow. Und schauen Sie, ich mache nichts. Die Anne-Kathrin steuert alles. Und wir sehen, sie ist eine grandiose Fahrerin. Na ja, aber doch nicht. Oh, klar. Kleiner Unfall. Macht nichts weiter. Du darfst mich nicht loben. Nicht loben, das tut mir nicht gut. Oh, warte. Das Ding ist aber robust. Das hält es locker aus. Ich habe gefragt, ob ich mich anschnallen soll. Du hast gesagt, nein, das geht schon. Okay, alles klar. Wie Sie sehen können, passiert hier absolut gar nichts. Es passiert absolut nichts. Und das ist das Schöne. Denn vorne haben wir so ein ganz weiches Kunststoff, was nachgibt. Und was tust du hier? Möchtest du wirklich hier einmal auftesten? Nein. 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 Sie schafft es. Sollen wir Ihnen mal was sagen? Die Regie sagt uns gerade, fahren Sie doch in die Geschenke. Aber die liebe Anne-Kathrin kann nicht lenken. Ja, ich will damit nur demonstrieren. So sieht das aus, wenn es unterm Weihnachtsbaum steht. So kommt das nach Hause. Eieiei. Na gut, aber wir sehen hier dieser kleine Racer, der hält einiges aus. Dürfen wir einmal den Rückwärtsgang einlegen. Also Sie sehen, das geht super. Spaß. Das ist garantiert. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen wie beim Autoscooter. Also das geht natürlich auch ohne. Du machst das super, Vivian. Halt noch ein bisschen durch. Irgendwann habe ich das raus mit links und rechts und vorwärts. Sie möchte mich hier aus der Sendung fahren. Das ist kein Problem. Geht übrigens aus das Kinderfahrzeug, weil auch die Zuschauer natürlich sagen, so viel Fahrspaß, so viel Freude wollen wir auch den Kleinen am Weihnachtsfest einmal bieten können. Mit dem Hot Racer unter der NX1100 und der 569 kommt er zu Ihnen. 180,41 Euro Versandkosten frei übrigens. Du bist erlöst. Du bist eine ganz schöne rasante Fahrt. Magst du mal noch rufen? Die Haare, die sind schon einmal vom Winde verweht. Im Winde verweht. Ja, ganz genau. Aber das war doch lustig, oder? Ja, das war doch lustig. Komm, wir holen ihn mal auf die Bühne zurück. Genau, wir holen mal unseren Flitzer mit hoch. Das kriegen wir mit links und 40 Fieber hier hin. Wow, ganz tolles, schickes Fahrzeug. Ganz, ganz schönes Weihnachtsgeschenk. Wir wollen auch mal über den Preis reden, nämlich 180,41 Euro und wir sollten auch mal darüber reden, dass das Produkt fast ausverkauft ist. Das macht halt viel Spaß. Also, das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Wenn das nur zweimal passiert wäre, lieber Anne-Kathrin, dann hätte ich dir das geglaubt. Aber dadurch, dass du mich jedes Mal vor irgendeine Wand gefahren hast. Okay, NX1100 und die 569, ein akkubetriebenes Elektro-Kinderfahrzeug mit Fernsteuerung, das heißt sicher fahren und trotzdem maximalen Fahrspaß haben. Okay, ich suche uns jetzt mal was raus, was nicht ganz so rasant ist, okay? Ja. Oh, das ist, ah, das habe ich mir, das hat sich meine Oma von mir zu Weihnachten gewünscht. Kennst du das? Das sieht erstmal aus wie eine normale Uhr, ist aber was ganz Besonderes. Ich würde sagen, das ist ein ganz tolles Geschenk. Und wir läuten einmal das Engelchen ein und holen uns mal diesen tollen Artikel. Und ja, liebe Anne-Kathrin, das ist was ganz Besonderes. Und wir sehen hier auch schon, wie wunderschön verpackt dieses Geschenk einmal kommt. Wow. Wenn wir hier einmal quasi diese Schatulle öffnen, dann finden wir hier eine wunderschöne Uhr. Sie wird betitelt als sprechende Seniorenuhr, aber ich weiß nicht, ob man sie unbedingt so nennen kann. Ich finde, wir haben erstmal ein wunderschönes Design und einen besonderen Clou. Nämlich, dass diese Uhr spricht. Und das kann natürlich vielen Leuten helfen, kleinen Kindern, die vielleicht gerade die Uhrzeit noch erlernen. Oder zum Beispiel Personen, die wie zum Beispiel meine Tante jedes Mal die Augen zukneifen, wenn sie versuchen, die Uhr abzulesen. Und natürlich auch Senioren, die sagen, ich möchte es einfach bequem haben. Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Entweder die Senioren mit einer Sehschwäche oder aber auch mal im Dunkeln, wenn ich die Uhrzeit nicht lesen kann. Dann wird mir das Ganze sehr angenehm und sehr klar und deutlich angesagt. Die Uhrzeit, aber auch das Datum. Und schauen Sie mal, Spiegel ist, glaube ich, jeden ein Begriff. Und wir wurden da sogar getestet. Und das können wir hier im Katalog sehen. Spiegel schreibt Fazit Uhr für Senioren. Die Uhr ist eleganter als die sprechenden Billigmodelle und schweigt auch auf Wunsch. Das finde ich ja so toll. Das heißt, wenn ich sage, oh, die Uhr gefällt mir sehr gut, aber ich möchte nicht, dass sie ständig zu mir spricht, dann kann ich das auf Wunsch auch ausschalten. Und wie Spiegel hier eben schreibt, das ist auch eine tolle Möglichkeit oder eine schönere Möglichkeit als diese ganzen Billiguhren, die es sonst so auf dem Markt gibt. Wow, die sieht unfassbar schön aus. Wollen wir uns die mal sprechen lassen? Ja, gerne. So, hören wir mal hin. Heute ist Donnerstag, der 17. November, Jahr 2016. Wow, da war einmal das Datum Donnerstag, 17. November. Und jetzt gehen wir mal zur Uhrzeit. Die Zeit ist 20.42 Uhr. So, also Sie hören, die spricht. Hier oben haben wir einmal den Knopf, um die Uhrzeit angesagt zu bekommen. Und hier unten haben wir dann den weiteren Knopf, um uns das Datum ansagen zu lassen. Das Schöne ist aber, wie du schon gesagt hast, ganz egal, ob es beim Dunkeln ist oder bei Sehschwäche, ich habe hier immer die exakte Uhrzeit einmal angesagt, weil wir hier mit Funk arbeiten. Das heißt, ich bekomme ganz klare Ansagen der Uhrzeit oder des Datums per Knopfdruck, habe trotzdem ein übersichtlich analoges Ziffernblatt. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese ganz präzise Funkanzeige, beziehungsweise die Funkuhrzeit. Dann eine Solarfunktion. Und das ist wirklich der Oberhammer. Denn wenn Sie diese Uhr hier zum Sensationspreis quasi verschenken, wissen Sie, dass der Beschenkte nie wieder Folgekosten haben wird. Denn wir haben eine Solarfunktion. Und das heißt, bei Sonnenenergie oder bei Tageslicht lädt sich diese Uhr einmal selbstständig auf. Und dann hält der Akku bis zu 180 Tage bei einer Ladung. 180 Tage nicht mal vors Haus gehen und einkaufen. Das wird nicht schlecht. Und wie gesagt, die sieht auch noch unfassbar schön aus. Ich mag das ja, wenn eine Uhr einfach nicht so viel Schnick und Schnack hat. Das ist ein zeitlos schönes Design. Damit kann ich die Uhr ablesen. Auf Wunsch sagt sie mir auch die Uhrzeit an. Sie sagt mir das Datum an. Und wenn ich möchte, gibt sie mir sogar ein Alarmsignal für die stündlichen Ansagen. Das kann ich, wie gesagt, aber auch ausschalten. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass die Ansage sehr klar und verständlich ist. Es ist eine sehr angenehme Stimme. Und das ist ja nicht nur für Senioren geeignet. Das ist auch eine tolle Uhr für alle, die eine Sehschwäche haben. Oder aber auch im Dunkeln, wenn man eben die Uhrzeit nicht ablesen kann und kein Handy in der Nähe hat. Vivian macht es hier gerade nochmal vor. Eine sehr freundliche Männerstimme. Sehr toll. Und die sieht wunderschön aus. Du hast es gesagt, klassisch elegantes Design. Hier dann die Solarfunktion, auf die wir wirklich zu sprechen kommen müssen. Also keine Folgekosten mit teuren Batterien, sondern einfach eine wunderschöne Uhr, die sich automatisch auflädt. Dann hier auch im Dunkeln. Super geeignet. Und natürlich auch für Personen mit einer Sehschwäche oder für all die, die sagen, ich habe keine Lust, mir hier den Stress anzutun und die Uhrzeit zu lesen. Es ist übrigens auch sehr ungesund, wenn du im Dunkeln auf ein Display schaust. Diese Helligkeit ist sehr schädlich für die Augen. Also wenn du das kurz vorm Schlafen machst. Echt? Ja, habe ich mal gelesen. Na, das ist dann doch die gesunde Variante. NC 7384 und die 569. 56,91 Euro statt 99,95 Euro. Und keine Folgekosten. Das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk, wenn Sie hier jemandem mal eine richtige Freude machen wollen. Also hier bitte ganz schnell in die Leitung gehen. Wir haben hier einen Durchmesser von 40 Millimetern. Beim Armband sprechen wir von einer Breite von 15 Millimeter. Das Armband ist übrigens aus Metall und die gesamte Uhr ist 70 Gramm leicht. Ganz tolles Produkt. Und jetzt hatten wir ja gerade so was Klassisches. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal so was Funkeltes nehmen? Ich habe was für uns gefunden, Vivian. Ich habe was für uns gefunden im Internet auf Pearl.de. Da bin ich dabei. Oh, zufällig. Engelchen. Ganz schnell. Mensch, das ist ja ein komischer Zufall. Zufällig trage ich das auch schon am Handgelenk. Oh, ich trage ja auch eins. Fällt mir gerade auf. Und die Ohrringe auch noch passend dazu. Aber gut, wir wollen sie jetzt nicht verwirren. Ganz ehrlich. Das lässt unsere Augen funkeln. Das ist ein Armreif mit einer umlaufenden Kristallverzierung. Der ist ohne Verschluss, aber dafür übersät mit tausend glitzernden, funkelnden, böhmischen Kristallen. Und dieser Armreif, der ist tatsächlich vergoldet. Der sieht nicht nur edel aus, der ist zeitlos, der ist klassisch und der ist schick. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen abends mit Ihrem Mann essen, haben ein schlichtes, schönes Kleid an und dann dieser Armreif. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie der funkelt. Und der funkelt halt eben überall. Wir sehen das hier einmal rundherum. Glitzert der und schimmert der. Der sieht sowas von wunderschön aus. Das ist ein glitzerndes Meer, was Sie hier bekommen. Und dieser breite Armreif für die Damen mit dieser funkelnden Kristallverzierung in der vergoldeten Variante. Wunder, wunderschön. Oh, ich bin so verliebt in dieses Armreif. Ich auch, ich habe das ja bereits schon. Es gibt es auch in verschiedenen Breiten und aber auch für die Ohren. Also ich habe das Gefühl, wir Mädels, wir Moderatoren, wir tragen mittlerweile alle diesen Schmuck. Das ist unfassbar schön. Klar, das ist Qualität von St. Leonard. Da weiß ich sowieso immer, wenn ich mir das kaufe, da mache ich nichts falsch. Weil das ist Qualität. Das liegt nicht irgendwo im Badezimmer rum und läuft dann braun an oder schwarz an. Das ist super. 34 Euro und 11 Cent. Das ist Wahnsinn für einen vergoldeten Armreif mit ganz vielen kleinen böhmischen Kristallen. Das ist wirklich nicht nur ein Kristall, der es übersät. Komplett mit Kristallen. Wow. Und das zum Sensationspreis. 34 Euro und 11 Cent. Normalerweise kostet dieser Armreif 69,90 Euro. Na klar, wir haben hier diese Vollverzierung mit diesen böhmischen Kristallen, die einfach nur funkeln und glitzern. Und sowas ist so wunderschön. Und wir Frauen, wir wünschen uns eigentlich immer Schmuck. Ja. Und wenn wir sowas bekommen, wow. Ich glaube, da ist man wirklich sprachlos unter dem Weihnachtsbaum. Also wenn Sie für Ihre Liebste noch nichts haben, dann sollten Sie jetzt wirklich ganz, ganz schnell zugreifen. Oder wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mir den einfach selber schenken, weil 34 Euro 11, das bin ich mir auch selber wert. Hier zuzugreifen und mich mit neuem Schmuck vielleicht auch auf die Weihnachtszeit vorzubereiten. Denn da möchte man natürlich auch immer wunderschön aussehen. Dann können Sie natürlich auch zugreifen. Sie sollten nur schnell sein, denn wir sind im Sale. Auf den allerletzten Stückzahlen, also hier bitte schnell in die Leitung gehen, die NX 38, 36 und die 569. Das ist Ihre Bestellnummer. Und schauen Sie sich hier dieses funkelnde Merk der böhmischen Kristalle einmal an. Das sieht so schön aus. Ich finde, der hat auch eine sehr angenehme Breite von 10 Millimetern. Und das ist einfach ein Armreif für einen besonderen Menschen. Also das ist kein Schmuck, den man jeden Tag trägt. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und auch etwas, was Sie nicht überall im Laden finden. Und wenn man das dann bei einem Juwelier findet, dann für einen Wahnsinnspreis. Bei uns bekommen Sie den heute für 34,11 Euro. Das ist der TV-Sonderpreis. Der ist traumhaft schön. Den zu einem schwarzen Kleid oder auch mal zu einem eleganten Anzug oder Blazer. Das sieht so unfassbar schön aus. Auch jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Du hast es gesagt, wir als Frauen, wir überlegen jetzt schon, was ziehen wir Heiligabend an. Und wenn man das dann kombiniert mit so einem tollen Highlight am Handgelenk, da braucht es nichts anderes mehr. Keine Ohrringe, keine Ringe. Das ist so ein Highlight. Das soll für sich wirken. Und das Schöne ist, das ist ein geschlossener Rundreif. Das heißt, Anne kennt es vielleicht. Wenn man so einen schönen Armreif trägt, hat man meistens hier oben einmal die Schließe, wo dann keine Kristalle sind, wo es dann nicht schön aussieht. Weil so will es Murphys Gesetz einfach. Aber hier kann das gar nicht passieren, weil wir einen geschlossenen Rundreif haben, der hier so wunderschön ist. Der passt super hier zu schicken, adretten, wunderbaren Outfits, die die Dame trägt. Mit so einem schönen, kleinen, kurzen, schwarzen, ganz toll für 34,11 Euro. Super schön. Bitte schnell in die Leitung gehen. NX 38,36 und die 569 für diesen wunderschönen Armreifen mit umlaufender Kristallverzierung in diesem wunderschön vergoldeten Design. Statt 69,90 Euro 34,11 Euro. Sie müssen aber schnell sein, wir sind im Sale. Deshalb direkt loslegen und in die Leitung gehen. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, was sich jede Dame wirklich wünscht. Und da machen sie absolut alles richtig, wenn sie hier jetzt zugreifen, denn es kann nie genug glitzern und funkeln. Das ist dann, liebe Armreif leider schon wieder weg. Aber du suchst uns bestimmt was anderes Schönes raus. Ich suche was anderes Schönes raus. Wie wäre es mit etwas Dekorativen für die Wohnung, wenn wir schon bei wunderschönen Sachen... Bisschen Entspannung mit dazu? Wie wäre es damit zum Beispiel mit einem richtig schönen Zimmerboden? Wollen wir mal das Christkind herholen? Ja, da bin ich ein großer Fan von. Das Engelchen kommt. Schau dir das mal an. Das ist wunderschön. Das ist ein beleuchteter Zimmerbrunnen. Und das ist richtig dekorativ. Man sieht hier, das sieht so ein bisschen aus wie eine Waldwurzel. Das ist richtig authentisch. Und jetzt schauen Sie mal, das Wasser, das plätschert von hier oben nach unten, wird wieder aufgefangen und nimmt dann diesen Kreislauf auf. Wissen Sie, das ist super entspannend. Das ist ein dekorativer Ruhepunkt. Und das verbessert auch das Raumklima. Sie wissen ja, wenn die Luft zu trocken ist durch die Heizung, ist es natürlich toll, wenn hier dieses Raumklima verbessert wird. Die Schleife, die müssen Sie nicht drum machen. Die haben wir jetzt einfach dekoriert. Und wenn wir mal hier reinschauen, da sieht man auch diese dekorative, tolle LED-Beleuchtung. Und wenn ich das mir auf dem Schreibtisch vorstelle, wenn Sie einen stressigen Arbeitsalltag haben, das beruhigt ungemein. Dieses Plätschern, das ist so beruhigend. Ich gehe mal ganz nah dran. Vielleicht können Sie es dann hören. Hören Sie sich das mal an. Das ist so ein wunderschönes, beruhigendes Plätschern. Das ist so toll. Und so ein Zimmerbrunnen ist sowieso immer, wie ich finde, was ganz Fantastisches, liebe Anne-Kathrin. Weil gerade jetzt in dieser Heizperiode ist die Luft ja immer sehr, sehr trocken. Und da leiden wir unter trockener Haut, unter spröten Haaren zum Beispiel. Und es liegt meistens an der Luftfeuchtigkeit. Mit so einem Zimmerbrunnen habe ich zum einen, und das müssen wir jetzt wirklich mal aufzählen, zum einen ein wunderschönes Deko-Objekt. Ganz, ganz toll hier in diesem Naturdesign. Zum anderen haben wir dieses plätschernde Wasser, was uns wunderbar beruhigt. Bei diesem wunderschönen beleuchteten Zimmerbrunnen haben Sie noch diese LEDs, die in bunten Farben hier einmal in dem Teich wunderschön leuchten. Und der dritte Punkt ist, dass Ihre Luftfeuchtigkeit viel, viel besser wird. Das heißt für Sie im Umkehrschluss, dass das gesundheitlich einfach wahnsinnig toll ist, wenn Sie gut entspannen können. Wenn Sie eine höhere Luftfeuchtigkeit jetzt wieder in Ihren Räumen haben, dadurch werden Sie nicht mehr so müde. Dadurch werden Sie einfach viel leistungsfähiger, viel wacher und können natürlich auch andersrum wieder super einschlafen, weil Sie entspannt werden. Also Sie sehen Vorteile über Vorteile. Und eigentlich sollte man sich diesen Zimmerbrunnen selbst zum Geschenk machen. Ich finde das total schön, weil es ist auch richtig naturgetreu. Wenn man sich hier mal diese Wurzeln anschaut, das sieht so ein bisschen aus wie bemoost. Also überall, wo Wasser lang fließt, ist logischerweise auch Moos vorhanden. Und da sieht man wirklich nicht, dass das keine echte Wurzel ist. Als ich das heute Morgen das allererste Mal in der Hand hielt, das Produkt, dachte ich, oh, das ist doch eine echte Wurzel. Und bis mir dann gesagt wird, nee, nee, Annette, das ist nicht echt. Aber es ist originalgetreu. Und deswegen ist es auch so günstig, weil wenn wir Ihnen jetzt hier ein echtes Stück Holz anbieten würden, das wäre um einiges teurer. Aber 47,41 Euro. Es ist beruhigend. Es ist toll für das Raumklima, das Plätschern, die LEDs. Was will man mehr? Sensationell, oder? Ja, richtig. Unter den Wurzeln verbirgt sich ein kleiner Waldteich. Und das Wasser rinnt von den Wurzeln hin zum Teich, wo dann vier LEDs einmal in wunderschönen bunten Farben leuchten. Sie haben unten vier Bodennoppen, das heißt einen ganz, ganz festen Stand hier des Zimmerbrunnens. Und dann können Sie einfach nur genießen. Naturgetreues Design. Übrigens haben wir hier ganz, ganz robustes Polyresen, das ist Kunstharz. Gehärtetes Kunstharz, welches natürlich das auch wirklich wunderbar aushält, dass das Wasser hier ständig in Kontakt ist. Das heißt, Sie haben ganz hochwertiges Material und ganz, ganz tolle Beleuchtung. Und natürlich auch Ihre Luft, Ihr Körper, die werden es Ihnen wirklich danken. Deshalb vielleicht, klar auch als Geschenk für andere geeignet, aber vielleicht sollte man sich das auch selber schenken. Gerade jetzt in dieser Heizperiode unter der NX 9004 und der 569 für 47 Euro. Und 41 Cent, normalerweise kostet der knappe 80 Euro. Aber das ist ja theoretisch auch wert, weil das ist wirklich originalgetreu. Ich stelle mir das gerade im Wohnzimmer vor. Man kann ja auch mal einen Abend den Fernseher auslassen und einfach ein Buch lesen. Ja, ein Buch lesen und nebenher dieses plätschernde Geräusch, das hat was unheimlich Beruhigendes. Das ist ungefähr so wie wenn man in Feuer schaut, in eine Kerze, in diese Flamme. Das hat auch was sehr Beruhigendes. Und so ähnlich können Sie sich das hier mit unserem Zimmerbrunnen vorstellen. Das ist naturgetreu, es sieht unfassbar echt aus. Und ganz ehrlich, für den Preis 47,41 Euro, du hast es gesagt, anstatt für knapp 80 Euro. Da sollten Sie an der Stelle zuschlagen. Ich glaube, ich bestelle mir auch einen. Ich glaube, ich bestelle mir auch einen. Und meiner Mama auch. Der werde ich das auch schenken. Wir hoffen, dass Sie schöne Weihnachtsdekorationen und auch Weihnachtsgeschenke gefunden haben. Viel Spaß wünschen wir Ihnen mit Ihren Geschenken. Ich bin Composin' Halleluja 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 Halleluja.